Elli. Hallo Anne. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Was haben wir denn hier auf dem Brett bitte? Wir haben eine wunderschöne Stellung von Victor, dem Schrecklichen auf dem Brett. Ja, mit Spaß. Und wer kennt es nicht, man hat eine Stellung, die ist klar besser, ja, aber es wirkt so, als würde man keinen Durchbruch finden oder nicht irgendwie weiter Fortschritte machen, weil der Gegner eine vermeintliche Festung besitzt. Kenne ich nicht. Kennst du nicht, oder? Also ja, klar. Es ist ja völlig, völlig, völlig normal und gang und gäbe. Man hat eine Figur mehr oder einen Bauern oder sogar zwei oder was anderes und man kriegt diesen verflixten Stich nicht hin. Ihr kennt es sicher auch. Danke fürs Zuschauen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unten unter dem Video stehen alle, alle Links zu allen Folgen von Elli Schatztruhe, denn es gibt reichlich und natürlich auch der ganz wichtige Link zu dieser Stellung hier. Die könnt ihr nämlich runterladen auf der Jazz-Base-News-Seite. Die könnt ihr nachspielen, die könnt ihr verwerten, in euer Repertoire packen. Das ist Elli Schatztruhe, da gibt es schon so viel. Und ich hoffe, ihr lernt heute genauso viel wie ich. Oder vielleicht noch mehr. Wäre vielleicht sogar besser. Gut, wir sind am Zug. Genau, wir müssen uns jetzt überlegen. Klar, es ist logisch, dass Schwarz besser steht. Schwarz hat Raumvorteil durch den Bauern auf D4. Schwarz hat objektiv, ja, die besseren Leichtfiguren. Wir haben einen sehr schönen Läufer auf E4, der kaum geschlagen werden darf, weil dann die Bauernwalze im Zentrum den Gegner mehr oder weniger überrollen könnte. Der Springer auf E6 ist in lauer Stellung, was den Punkt F4 angeht. Der Bauer auf A3 ist ein bisschen schwächlich. Aber die Frage ist natürlich, wie können wir hier Fortschritte machen? Der König kann sich nicht wirklich aktivieren. Und selbst der Hebel mit G5 würde eher weishelfen, aufgrund dessen, dass dann einer seiner Problemkinder, hier ganz klar der Bauauf F4, sich abtauschen würde. Daher die Frage, Arne, wie brechen wir jetzt durch? Welche drastischen Maßnahmen muss man manchmal versuchen zu treffen, um einen Schritt oder einen erheblichen Schritt weiterzubauen? Also, dann werde ich mal einfach unserem schönen alten System nachgehen und dann mal versuchen, einen Schach zu geben. Geht nicht. Gut, dann versuchen wir mal, Figuren zu schlagen. Das geht und zwar reichlich. Eine der drastischsten Lösungen wäre natürlich, den Springer auf F4 zu bringen und den Bauern zu nehmen und dann mit dem anderen Bauern vielleicht vorzutraschen und sowas. Das ist fragwürdig. Man könnte den Läufer auf die 3 nehmen, allerdings... Was denkst du, das Schlagen auf die 3? Wem hilft das mehr? Das hilft, glaube ich, Weißmehr. Natürlich, weil dann wird der Bauer auf einmal zur Schwäche. Genau, das ist ja unsere Stärke. Die müssen wir ja stark werden lassen. Und so kann es nichts werden. Dann haben wir noch einen Schlagen auf G2. Das sehe ich auch gerade nicht. Ich luke auch immer rüber, mit dem Turm als Drohung auf C3 rüberzukommen, um den Bauern auf A3 zu nehmen. Und das sieht mir am ehesten... Da ist ja dieser Verteidiger, der Springer auf E2. Und ich sehe gerade keine wirklich andere Idee, als jetzt mal drastisch zu sein, weil es einfach intuitiv gut aussieht. Was passiert denn, wenn wir Springer auf F4, wenn wir einfach den Bauern rausnehmen? Was passiert denn dann? Also, der Springer nimmt zurück. Wenn wir Springer auf F4, wir nehmen zurück, dann haben wir eine Figur geopfert. Das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, gleich eine Figur zu opfern. Mag sehr, sehr wohl sein. Gut. Und jetzt muss ich nochmal kurz gucken, bringt uns das irgendeinen Vorteil? Weil jetzt können wir zwar mit dem Turm zu C3, aber... Aber ich glaube, spätestens nach sowas im Team müsste ich gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie Unsinn erzähle. Guck mal, ich sehe leider gerade... Was ist denn einfach? Der Läufer kann doch einfach E4 nehmen. Blöderweise. Natürlich, ich tausche alles ab. Du musst jetzt auf H3 tauschen, sonst ist der Turm auf C3 weg. Und dann nach dem Schlagen, ich weiß gar nicht, wie man schlägt, das ist... Ist fast egal, denn irgendwie hat Weiß eine Figur mehr. Ja, Weiß hat eine Figur mehr und die Kompensation ist nicht in Sicht. Ja, schade. Aber du hast schon, du bist schon extrem nah dran. Allerdings war mehr oder weniger, ja, die Reihenfolge hier nicht korrekt. Verstehe, genau. Aber es hat was mit F4 und C3 zu tun, denn das sind die einzigen... Ich würde das nicht Einbruchsfelder nennen, aber es sind objektiv die besten Chancen, weil sowohl A3 als auch F4 rumschwächeln. So, genau. Und jetzt ändern wir mal die Zugröcke und machen das andere Drastische. Was wäre denn mit Turm C3 sofort? Genau, Turm C3 ist ein super interessanter Zug. Wir opfern die Qualität. Jetzt kommt aber das große Aber. Was bekommen wir für die geopferte Qualität? Wir bekommen auf jeden Fall entweder den Bauern auf F4 oder, wenn er den deckt, einen Freibauern auf der C-Linie. Plus öffnet sich natürlich die D-Linie für Schwarz, was dann das Schlagen auf D3, verbunden mit einem Freibauern auf C3, zu einer gefährlichen Waffe machen könnte. Das heißt, wir rechnen jetzt nach Turm C3. Der einzige Zug, der Sinn macht, sonst kommt Turm schlägt A3 und wir hätten unser Ziel erreicht, ist logischerweise Springer schlägt C3, Dc3. So ist es. Alles andere ist keine gute Alternative, denn wenn ich jetzt sowas wie Läufer schlägt E4 spielen würde, dann könnten wir nach Turm H3, GH3 und E4 sagen, wir haben ja unser Ziel erreicht, kommt König F5 und da werden wir ihn mit unserer Bauernbalze später vielleicht E3, König E4 locker überrollen. Das heißt, nach Springer C3, die einzige Möglichkeit ist zu schlagen, Dc3 und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, man versucht, diesen Kameraden zu verteidigen oder man sagt, man versucht, diesen Kameraden zu verteidigen. Das Erste, was wir im Kopf jetzt erstmal rechnen, ist der Zug Turm F2. Wie sieht es mit Turm F2 aus? Was müssten wir dann gucken oder was sollten wir dann logischerweise aufgrund der Regel der Variantenberechnung berechnen? Ihr daheim, zugucken ist eine Sache, bringt auch immer Spaß, freut uns auch. Ihr könnt auch nur zugucken. Das ist ja auch, das ist ja schon das größte Glück. Aber aktiv mitmachen, nur dann, dann wird es wirklich etwas. Also, wie sieht es aus bei euch? Was haltet ihr für einen klugen Zug? Turm F2 oder Turm D1? Wir gucken uns jetzt erstmal Turm F2 an und rechnet es für euch selber aus, in eurer Zeit, in eurem Tempo und dann können wir weitersehen. Gut, Turm F2 ist interessant, denn es kann gut sein, dass unser C-Bauer vielleicht nach ein paar Abtäuschen auf C2 kommt und dann kommt der Springer zu D4 und könnte den Turm auf C1 mit der Gabel wegschnappen. Also, ich sage es einfach mal, ich glaube, Turm F2 sieht gefährlich aus. Okay, dann jetzt konkret. Turm F2, wie geht es nach Turm F2 weiter? Läufer schlägt D3. Genau, jetzt nach Läufer schlägt D3 gibt es zwei Kandidaten. Machen wir erstmal nach Läufer schlägt D3, Turm schlägt D3. Schlagen wir. Dann kommt CD3, genau. Und jetzt kommt unser Springer zu D4, um C2 vorzubereiten. Ich spiele sowas wie Turm F1. Jetzt kommt C2. Und was ist das Problem nach Turm C1? Dass wir natürlich einen Schach geben auf E2, aber deswegen wird der König jetzt wahrscheinlich ziehen von weiß. Gut, angenommen, der macht statt Turm C1 König F2. Was haben wir dann für eine Möglichkeit? Dann können wir einfach umwandeln, oder? Nee, warte. Dann können wir, also warte, wir sind auf, ja, dann gehen wir auf B3 und wandeln und gewinnen. Genau, ich zeige das mal kurz, damit es alle mitverfolgen können. Wir hatten jetzt Turm F2, Läufer D3, Turm D3, Turm D3, CD3, Springer D4 mit der Idee C2. Jetzt Turm F1, zum Beispiel C2. Turm C1 klappt nicht wegen der Gabel. Und nach König F2, um dem aus dem Weg zu gehen, ist das Problem, dass da Springer B3 wir dennoch mit einer Mehrfigur verbleiben. Schön. Das bedeutet, nach Turm F2, Läufer schlägt D3, CD3. So, jetzt wird es interessant, ne? Macht das einen Unterschied, wenn die Turm noch auf dem Brett verbleiben? Das ist eigentlich die einzige Frage, die wir uns stellen sollten. Nun, Turm C8 scheint mir recht natürlich. Oder auch, welcher Zug noch? Oder Springer D4 sofort. Genau, Springer D4. Ja, das wäre doch effektiver. Jetzt noch Springer D4, welche Möglichkeiten hat Schwarz, äh Weiß? Gar nicht so viel, denn dieser, der Springer D4 blockt den Bauern auf D3. Das heißt, der andere Turm ist quasi aus dem Rennen. Und jetzt haben wir fast die gleiche Situation, nur, ja, was, also der Turm zieht zu F1, nehme ich an. Dann ziehen wir wieder C2 und dann haben wir das gleiche Spiel, ne? Ja, es ist, also, wenn ich im Hörensinn da ebenfalls verloren, zum Beispiel CD3, Springer D4, jetzt Turm F1, C2. Dann, ähm, hatte ich mir nur kurz überlegt, ob Turm E3 irgendwie helfen würde. Also, jetzt müsste ich an der Stelle logischerweise auch erstmal überlegen, ob C2 gewinnt oder nicht gewinnt. Aber ich glaube, selbst wenn du C2 machst und jetzt Turm E1, würde ich behaupten, dass auch dieses Endspiel nach Turm C8 völlig hoffnungslos ist. Du kannst zwar Turm C1 machen, aber ich glaube, hier wirst du dir einfach nach und nach alle Bauern einverleiben. Und ich sehe auch hier keine wirkliche Gegenschance, zumal Turm B3 und Turm B1 auch nicht gerade lustig ist. Achso, und der Turm auf E2, ja gut, da wird er das zurücktauschen. Also, zum Beispiel sowas wie König F1, ja, ich meine, es kann sein, dass Turm B3 eine Möglichkeit ist, aber ich würde das gar nicht in Erwägung ziehen. Ich würde das stattdessen lieber Bauern mir kaschen mit Turm A3 und Turm D3 und sagen, dass ich dieses Endspiel immer locker gewinne. Es kann natürlich sein, dass nach Turm E3 wir jetzt das übersehen haben, was noch effektiver ist. Sehe ich zwar zur Zeit nicht, würde mich aber auch nicht überraschen, wenn es sowas gäbe. Aber ich glaube, das, was wir gerade gesehen haben, sollte eigentlich auch zum Sieg locker ausreichen. Okay. So, damit ist Turm F2 ad acta gelegt und wir müssen uns jetzt mit dem Zugturm D1 beschäftigen. Gut, dann machen wir das mal. Also, wir stellen uns jetzt mal ganz dumm und haben den Turm auf D1. Was kommt dann logischerweise? Tja, so, na gut, Springer schlägt F4, liegt auf der Hand. Genau, Springer schlägt F4 und jetzt nach Springer schlägt F4 gibt es nicht so viele Züge. Ich mache das trotzdem mal, weil bis dahin brauchen wir das nicht im Kopf zu rächen. Aber ab der Stelle ist es interessant, wie es natürlich für Weiß weitergeht. Weiß hat meines Erachtens zwei Züge, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Welche Züge wären das? Also, auf der Linie zu bleiben mit vielleicht Turm E3? Ja, Turm E3, eine Möglichkeit und die andere. Ich weiß nicht, ob es klappt. Turm H7? Genau, das heißt, wir gucken uns erstmal die inaktive oder die passivere Möglichkeit mit Turm E3 an. Was wäre jetzt die einfachste Art und Weise, eine Gewinnstellung zu erreichen? So, könnte man? Nein, oder? Nein. Du hast Einbauern für die Qualität. Und wir wollen natürlich auch noch einen Trumpf bekommen. Was ist denn unser Trumpf in dieser Stellung? Die, diese Pin, also die, die, C3 würde ich sagen. Ja, genau, C3. Wie machen wir C3 zum Trumpf? Mit welchem Zug? Ich muss rechnen, sonst weiß ich nicht, ob es klappt. Aber Läufer schlägt D3, Turm schlägt... Ja, doch, das klappt. Läufer schlägt D3. Oder Springer schlägt D3. Das ist jetzt die Frage jetzt. Weil wenn wir C2 machen wollen, ist es vielleicht günstiger, welche Leichtfigur drauf zu behalten. Okay, verstehe, den Läufer dann in dem Fall. Genau, also einfach, also wahrscheinlich gibt es hier mehrere Möglichkeiten, aber ich denke, technisch gesehen ist es einfacher, mit Springer D3 fortzusetzen. Denn nach dem Zurückschlagen kommt C2 und dann schlagen wir auf D3. D3 und das ist auch völlig hoffnungslos. Wir haben dann Turm C8, Turm C3, Läufer E4 und dieser Bau auf C2 ist ein Garant dafür. Ich kann mal noch ein paar Varianten zeigen, Turm E6, König G5, alles in Ordnung. Jetzt, angenommen, er nimmt, dann Läufer E4, es droht Turm D1 und dann ist es eigentlich auch schon mehr oder weniger, ja, persehen. Das heißt, Turm E3 ist nicht wirklich die Gefahr. Die einzige Gefahr ist Turm H7 und jetzt nach Turm H7 wird es spannend. Was will er denn mit Turm H7? Was droht er? Zu A7 zu gehen und dann den Bauern auf A6 zu schlagen. Was denkst du, dass hier der wichtigste Bauer von Schwarz, den es zu schlagen gilt? Der auf C3, okay, also er geht zu C7, klar. Genau. Das heißt, was müssen wir jetzt berechnen, welchen Zug? Ob das mit dem Abtauschen noch klappt. Okay, wir haben Läufer D3 und Springer D3. Was macht mehr Sinn? Auch hier wieder Läufer, ähm, Springer schlägt, also den Läufer zu behalten. Okay, wir haben Läufer D3 und Springer D3. Nach Läufer D3, Springer D3, ja, also wir müssen nun gucken, welchen von beiden wir machen. Welche Kandidat Züge hat weiß und hier ist ganz wichtig, nicht den Automatismus wieder raushängen zu lassen. Also, Moment, wir sind am Zug, Schwarz ist am Zug und wir schlagen... Auf D3 mit einer beliebigen Figur X, ja. Dann hauen wir mal mit dem Springer da rein. Also, wir machen Springer D3. Jetzt ist die Frage, welche Möglichkeiten hat weiß. Verstehe, weiß kann den einfach stehen lassen. Aha, der hat nämlich nur praktisch ein Ziel vor Augen. Das Ziel ist C3 und wir sind gefesselt, weil wir hier eine ungedeckte Figur haben. Hübsch. Und genau aus diesem Grund ist es ganz wichtig zu wissen, mit welcher Figur es mehr Sinn macht, auf D3 zu schlagen, weil wir uns ja eventuell auch entfesseln möchten. Verstehe. Also, wenn der Läufer auf D3 schlägt und der Turm zu C7 geht, dann ist die Frage, können wir mit dem Läufer einfach auf C2 nehmen, unseren Turm nehmen lassen, dann mit dem Läufer zu, sagen wir mal... Der C3 hängt dann aber noch, ne? Nicht wirklich, weil wir... Ah, doch, nee, nicht wirklich, denn der Springer ist noch auf E2 da mit dem Schach. Ja, das ist richtig, aber ich habe dann zwei Türme für zwei Figuren und uns reinbauen. Weil ich kann, ich komme nicht rechtzeitig heran. Also gut, Läufer schlägt D3. Turm C7. Turm C7 haben wir in der Möglichkeit, jetzt aktiv uns zu entfesseln. Weil wir müssen uns ja die Frage stellen, welche unserer beiden Leichtfiguren ist in der Lage, den D8 zu verteidigen? Das ist der Springer mit E6 dann. Genau, das heißt, nach Läufer schlägt D3, Turm C7, müssen wir mit Springer E6 uns auseinandersetzen. Weil er ja auch den Turm auf C7 angreift. Genau, weil er auch den Turm auf C7 angreift. Das habe ich gerade nicht gesehen, ja. Jetzt aber ist Weiß intelligent und will trotzdem weiterhin, dass der Turm auf D8 in der Fesslung hängt. Was müsste er also tun? Welcher Zug würde nach Springer E6 der gefährlichste sein? Turm C6. Turm C6 fesselt den Springer. Jetzt müssen wir dennoch irgendwie gucken, wie wir aus dieser Nummer rauskommen und sollten welchen Zug berechnen. Immer Schlagzüge gibt es nicht, also es bleiben nur noch Drohzüge übrig. Welchen Drohzug hätten wir nach Turm C6? Dann hätten wir Läufer E4. Sehr gut, genau, Läufer E4. Denn nach Läufer E4 hat er nur eine Möglichkeit, jetzt hängt der C6 und der D1. Das heißt, für welchen Zug müsste er sich entscheiden, um Material hier irgendwie wieder zu bekommen? Ich würde sagen, Turm schlägt E6 Schach. Sehr gut, genau. Turm schlägt E6 Schach. Einziger Zug ist König schlägt E6. Turm schlägt D8. Genau, Turm D8. Und jetzt müssen wir gucken, welche Möglichkeiten haben wir hier nach Turm schlägt D8. Wir haben eine Qualität weniger, aber wir wissen, wenn wir den C2 kriegen und den C3 behalten, ist es trotzdem eine Gewinnstellung. Weil der Bauer ist wichtiger als die Qualität. Okay. Problem ist, wenn wir auf C2 schlagen, kommt der Turm zu C8. Genau, das heißt, wir müssen was erst tun, weil der C2 läuft uns ja nicht weg. Ist es tatsächlich Läufer D5, um zu C4 zu gehen? Nein, dann wird man den C2 aber nicht gewinnen. Wir müssen ja den C2 nach wie vor gewinnen, brauchen aber einen anderen Kameraden, der den C3 im Notfall verteidigen kann. Ah ja, der König geht zu E5. Das ist ja ein 2 zu wieder. Und nach König E5 müsste man jetzt im Kopf eine Stellungsbeurteilung machen und gucken, wie diese Stellung einzuschätzen ist. Schwarz gewinnt. Schwarz gewinnt. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das Kortschneu alles nach Turm C3 bereits berechnet hat, was würdest du dann zu jemandem wie Kortschneu sagen? Du bist der schreckliche Kortschneu. Nee, aber es ist nicht einfach, das wollte ich damit sagen. Wir hatten mich genau bis zu diesem konkreten Zeitpunkt alles berechnet. Ich zeige das jetzt nochmal kurz. Wir hatten uns jetzt mit Springer Schlick D3 und mit Läufer D3 auseinandergesetzt. Das Problem ist nur, dass hier nach Turm C7 ich mich nicht wirklich gut entfesseln kann und der C3 fällt, weil der D8 sich nicht decken lässt. Es droht einfach sowas wie Turm Klick C3, nebst C Klick D3 und hier hätte Schwarz eher den schwarzen Peter gezogen. Deshalb ganz klar Läufer Klick D3, denn jetzt nach Turm C7 haben wir die Möglichkeit, aktiv unseren Turm mit Springer E6 zu verteidigen und gleichzeitig diesen Kameraden anzugreifen. Es gibt hier keine Alternative außer zu der Neutralisierung der Deckung des Springers durch die Festlung nach Turm C6. Und auch hier sollte man gucken, wie es weitergeht. Hier gibt es wahrscheinlich sogar noch mehrere Züge. Interessant ist natürlich auch König E5, aber nach König E5 ist es vielleicht nicht ganz so einfach im Turmenspiel, wie der Zug, den du vorgeschlagen hattest mit Läufer E4. Denn das ist alles forciert. Jetzt hängen alle möglichen Figuren und die einzige Möglichkeit für Weiß mit mehr Material zumindest momentan rauszugehen, ist Turm Klick E6. Denn falls Turm Klick D8, dann habe ich zwei Figuren für den Turm. Das müssen wir nicht diskutieren, das ist völlig verloren. Und andere Züge sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen Turm E6, König E6, Turm Klick D8. Und hier ganz wichtig, nicht mit der Tür ins Haus fallen und sich diesen einzuverleiben. Das wäre nach Turm C8 eine sehr traurige Geschichte. Sondern erst provolaktisch zu gucken, welche Figur kann den C3 verteidigen, König E5. Und danach ist es mehr oder weniger relativ einfach technisch gesehen. Denn wenn der König jetzt rankommen würde, König F2, dann können wir den Bauern auf C2 nehmen. Nun kam es in der Partie, oder verschlägt C2 kam, es kam E3, D5, König E2, F4. Da hat sich einfach ein zweitens Freibauern gemacht. Jetzt zum Beispiel wurde geschlagen, geschlagen. Heißt Turm C8 dann immer König D4. Der König kann sich dann immer über C4, B3, Verpi sagen. Das heißt, das ist für uns keine Gefahr. In der Partie kam Turm E8 Schach, es kam König D4, Turm D8, König C4, Turm D6, König B3. Und der Rest war dann für den Viktor, dem Schrecklichen, nicht wirklich schwierig. Hier gibt es viele Wege. Hier hat er mit Läufer D1 ganz schön beendet. Habe ich auch fast gedacht, ja. Aber Läufer A4 ist auch getan. Vielleicht noch ein bisschen mehr mit Komplikationen. Ein klein bisschen mehr mit Komplikationen. Aber es ist so oder so eine verlorene Geschichte. Aber wie gesagt, wenn man eben eine Festung durchbrechen will, braucht es manchmal gewisse Opfer. Oftmals sind dies Räumungsopfer. Man kann sogar hier indirekt von einem Räumungsopfer reden. Denn im Endeffekt, dadurch, dass hier auf C3 geschlagen wird, wurde ja die D-Linie geräumt. Cool. Aber definitiv eines der schwierigen Beispiele, was das Räumungsopfer angeht. Möchtest du noch ein leichtes Beispiel zum Schluss? Ja, da klar. Der hat noch gerne zwei sogar. Wir haben noch was. Ich bin ja in einem Rausch. Die Züge fliegen mir ja quasi nur so zu. Hier müssen wir halt gucken. Wir haben klar drei gegen zwei. Und die Schwäche G3 ist die Frage, haben wir eine Chance objektiv, diese Schwäche für uns zu, ja, einzuverleihen. Das ist also das Leichte, ja. Sieht mir gar nicht so leicht aus. Wir sind am Zuge. Wie kriegen wir den Läufer, den Bauern? Wie, das ist tatsächlich... Sie fragen erst mal, würde uns das was nützen, wenn die Schwäche auf G3 verbleibt? Wer weiß. Also eine der logischsten Ideen wäre, und deswegen klappt es nicht, wäre F6 und dann vielleicht G5. Aber dann würde sich sehr, sehr viel tauschen. Im Endeffekt würde dann die Schwäche nach wie vor auf G3 verbleiben. Unglaublich schwierig, diese Schwäche zu gewinnen, dadurch, dass ich immer auch König F2 dann nach Umgruppierungsmanövern von Schwarz habe. Und je mehr Bauer nicht tauscht, desto höher ist die Remisch-Chance, denn Einläufer gegen Zweiläufer gewinnt halt dummerweise nicht. Blöde. Warum gibt es da eigentlich keine Regel für? Warum haben die das noch nicht umgeändert, dass es besser ist? Aber auch hier, man könnte wieder von einer Art von Festung reden. Und eine Festung gilt es natürlich immer zu durchbrechen oder zu sprengen. Welcher Zug bietet sich dafür an? Ein Zug, der danach als Kommentator das Wort Ups geschrieben hat. Wo ist der Zug, der ein Ups hervorruft? Ist es G5? Ja. Hier funktioniert der G5 so wunderbar, denn der G3 ist gewissermaßen etwas überlastet in seiner Deckungsfunktion. Das heißt, mit G5 gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir verlagern die Schwäche auf H4, weil nach Läufer schlägt G5, König schlägt G3. Mehr oder weniger, ja, zwar ein Bauernpaar getauscht wird, aber den H4 jetzt zu gewinnen, ist relativ leicht. Ja, im Vergleich. Die Alternative, H schlägt G5, ist nicht besonders gut. Warum, Arne? H4 folgt. Genau, es folgt H4 und jetzt fällt der und der wird auch fallen, auf lange Sicht. Und auch dieses Endspiel ist relativ einfach, würde ich jetzt behaupten. Ja. In der Partie nach G5 kam HG5. Es folgte König schlägt G3. Und jetzt bedarf es nur ein kleines bisschen an Umgruppierungsmanövern. Natürlich auch ist der Zug F6 die einfachste Möglichkeit, irgendwann den Kameraden zu gewinnen. Dafür müssen wir aber etwas tun in Bezug auf unseren H5-Bauern. Es kam Läufer E8, um F6 vorzubeugen, ganz klar. Es folgte ein Schach. Es folgte noch ein Schach. Und dann folgte wiederum Läufer E6. Sie haben sich ein bisschen rumlaviert, aber das macht nichts. Jetzt ist der H5 bereits gedeckt. Und hier jetzt nach Läufer H3 Schach, Läufer E6 wurde immer noch etwas umlaviert. Macht aber nichts, denn irgendwann bist du in Zugzwang. Und ich glaube sogar, das ist eine Zugzwangstellung, wenn König F1 nicht funktioniert. Und bei der Läufer auf G5, ich glaube, wenn der nach F6 oder sowas zieht, wird er auch nicht viel bringen. Denn hier müsste ich überlegen, Arne, was machen wir hier am einfachsten, um das zu gewinnen. Ist es nicht einfach König G4? Dann hängt ja der Läufer. Stimmt, dann hängt der Läufer. Dann Läufer C4 Schach. Genau. Und jetzt König G4. Und nach Läufer D7 Schach kommt der Läufer wieder zurück auf G6. Genau, und das ist auch dann, würde ich meinen, müsste das gewonnen sein. Auch wenn wir den falschen H-Bauern haben, sollte es dennoch gewonnen sein, aufgrund unseres mächtigen Läufers, nee, mächtigen Baus auf E6. Und nichtsdestotrotz, es gibt wahrscheinlich hier viele Wege, die nach oben führen. Das wurde jetzt nicht ganz sauber von dem Schwarzen in der Partie bewerkstelligt. Es kamen Läufer D4, Läufer E8, König G4 mit ein bisschen rumlavieren, hat das dann aber auch ohne Abtausch beider Läufer geschafft, ne? Cool. Und ich denke auch, dass man es ohne den Abtausch überhaupt ebenfalls hinkriegen sollte. Sehr schön. Wichtig war allerdings war G5 an der Stelle. Ja. Ich habe natürlich noch eine. Ja, ich bin nicht aufzuhalten heute. Merkst du selber, ne? So, jetzt bin ich gespannt, Arne. Jetzt sage ich mal gar nichts. Null. Okay, sag gar nichts. Und sage Weiß am Zug. Okay, na, ist doch was gesagt. Tja, jetzt habe ich dich erwischt. Weiß ist am Zug. So, Leute, das schaffen wir jetzt alle zusammen, ja? Das ist die Stellung, die es im Chessbase-Nachrichtenartikel anzugucken gilt. Ladet sie runter als PGN oder spielt am Brett direkt mit. Ist zwar klein, aber auf dem Handy geht es gut. Habe ich letztens gemacht. Funktioniert echt schön. So. Weiß ist am Zug. Was machen wir denn da? Ich sehe natürlich Abzugstaktiken. Oh. Aber dann gibt es da einen Schach. Doof. Das heißt, wir müssen vielleicht erst den König irgendwo hin bewegen, damit dieser Abzug dann schön funktioniert. Das war mal eine ganz logische Sache. Wir würden gerne König C5 spielen. Warum bringt der Zug gar nichts? Weil der Läufer auf F2 ein Schach gibt und dann müssen wir wieder zurück. Genau. Das heißt, wir haben wieder so eine Art Festung. Ja. Die es gilt zu durchbrechen. Was haben wir denn ersten zwei Beispielen gelernt, wenn es um das Thema Festung und Durchbruch einer Festung oder Sprengung einer Festung geht? Dass wir radikal sein müssen. Dass wir da radikal sein müssen. Nämlich manchmal brauchen wir dafür wichtige Felder und müssen die dann halt räumen oder müssen anders versuchen, die Stellung zu sprengen. Ja. Welcher Zug bietet sich dafür hier an? Ich weiß, er tut weh, aber er sollte dennoch. E6 wäre schön. Ja, E6 wäre schön. Das ist jetzt die Frage. Was ist mit E6? Was tut der Zug E6? Ja, es ist der Abzug, der da passiert. Das bedeutet, wenn der Läufer auf D6 nimmt, nimmt unser Bauer auf D7 und das sollte gewonnen sein. Genau. Aber da kommt natürlich das Schach auf E6. Ja, aber was ist jetzt anders an der Stellung? Dass dieser Läufer nicht mehr C6 hält. Das heißt, wenn wir jetzt unseren König zu C5 bringen, schnappt er sich den C6-Bauern ohne das Schwarz, was dagegen machen kann. Genau. Und das ist sozusagen hier der Sprengungszug gewesen. Es kam in der Partie jetzt Läufer E1, König schlägt C6. Ich meine, das Endspiel nach Läufer schlägt D6, König schlägt D6 wäre auch nicht wirklich aufzuhalten. Das ist mein Trumpf am Ende und ich würde den mir nehmen und dann mit dem Bauern relativ einfach durchlaufen. Es kann sogar sein, dass du den gar nicht über C8 so gut aufhalten kannst, da ich auch mit König C7 und Läufer D3 ein paar Ablenkungstricks am Ende habe. Ja, selbst Läufer F5. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert auf lange Sicht oder dass man das halten kann. Man gewinnt mindestens die Figur und dann muss man halt nur noch schauen, dass sich diese beiden hier nicht irgendwie ungünstig abtauschen lassen. Aber bis dahin ist man auch wieder längst zurück im Spiel. Okay, deshalb kam in der Partie auch erstmal Läufer E1, der wollte noch ein bisschen kämpfen, König schlägt C6. F5 wurde gespielt, Läufer D3, F4 wurde gespielt. So, okay, jetzt muss ich einmal dazwischenfragen. Ja. Also hier hat man die Chance, den Läufer abzutauschen. Wie? Ja, mit D5, ne? Ja, das kann man. Die Frage ist nur, wenn man Läufer D5 macht, ja, was ist das Problem bei Läufer D5? Genau, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil ich weiß es gerade nicht. Ah, ich sehe es. Der König kann zu F7 und dann ist der König bei E6 und dann wird es gar nicht mehr so einfach, richtig? Okay, ja, aber was müssen wir zuerst berechnen? Was würde passieren, wenn Schwarz schlägt? Ja, Schlagvariante, denn jetzt hat man ein Problem. Man ist etwas überlastet mit seinen Läufer auf D6. Welchen Zug kann jetzt Schwarz nämlich spielen? Läufer D2. Nicht? Vielleicht auch, aber noch einfacher. Noch einfacher? Wo ich auf jeden Fall das Remi hier sofort unterschreiben könnte. Oh, oh, F4. Ja, F4 und F3 und du musst tauschen und dann ist es vorbei mit Gewinn, ja? Ja, das ist so richtig. Deshalb wurde hier nicht getauscht, sondern eben die Läufer werden auf dem Brett behalten. Läufer D3, jetzt kam F4. Er versucht natürlich dennoch, den Baron loszuwerden. B5 und F3. Jetzt verlange ich von dir absolute Präzession, um die Stellung nicht in ein Remi zu versauen. Das Wettrennen, wie sieht das denn aus? Mal gucken. Welchen Zug können wir erstmal berechnen, weil, du hast es schon richtig gesagt, das Wettrennen... B6. Genau, B6. Kann er nach B6 auf G2 schlagen? Das ist die Frage, ne? G2, B7, G1 Dame, B8 Dame Schach, Matt nach Dame F8. Das heißt, B6 können wir gedroht spielen, ohne dass wir uns verkrümmen müssen. Jetzt macht der Gegner Läufer C8. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Dann machen wir allerdings... Und das wird dir jetzt richtig gut gefallen. Werden wir sehen. Gibt viele Möglichkeiten, viele, viele, viele Möglichkeiten. Denn wenn wir jetzt diesen Läufer nehmen, sagen wir mal Läufer R5, schlägt auf G2, Läufer schlägt C8, G1 Dame... Mach es doch einfach. Mach es doch einfach an. B7 kann nicht verhindert werden. Das läuft uns nicht weg. Aber was brauchen wir, um die Stellung zu gewinnen? Das wüsste ich auch gerne. Weil ein Läufer gegen zwei Läufer würden nicht gewinnen. Ein Läufer gegen zwei Läufer würden nicht gewinnen. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch die Bauern tausche und dann den C8 gegen den B6 opfere und dann Läufer weniger habe, bin ich immer noch glücklich. Ähm... Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Wenn wir... In dem Moment, wo ich B7 mache, wird der Läufer geopfert. Ja. Ne? Und wenn dein Spaß es geschafft hat, alle Bauern, die auf dem Brett sind, abzutauschen, kann er nicht verlieren. Weil ein Läufer die Diagonale sozusagen schützt und ein Läufer gegen zwei Läufer ist Remy. Richtig. Das heißt, was muss auf dem Brett verbleiben? Welcher unserer Kameraden muss auf jeden Fall auf dem Brett verbleiben? Der B6-Bauer. Oder? Oder der G2-Bauer. Ja, welcher ist denn günstiger, auf dem Brett zu verbleiben, damit wir Material gewinnen? Na, der G, äh, der B6-Bauer. Nicht? Ja, damit gewinnen wir ja nach B7-Material. Aber wir bräuchten dann logischerweise noch welchen Bauern auf dem Brett. G3? Ja, G3 ist hier der Zug. G3 ist ein relativ einfacher Zug. Wir behalten diesen Bauern auf dem Brett, machen B7 und haben eine Figur mehr. Okay, jetzt raffe ich es. Ja, ja, ja. Und das ist ohne Komplikationen. Das ist relativ einfach in der Hinsicht, dass der G3-Bauer am Ende mein Gewinnbauer sein wird. Das ist furchterregend. Klar kann man jetzt versuchen, statt G3 sowas wie Schlagvarianten zu berechnen und dann sowas wie König C7. Aber ich glaube, nach Läufer A5 bist du dann nicht mehr der glückliche Arne von nebenan. Das wäre so ätzend. Dann hättest du es wirklich auf chlorreiche Art und Weise geschafft, die Patientsrevize zu versämmeln. Oh nein. Okay. Deswegen, klar, man erhält einfach den zweiten Kameraden auf dem Brett. Geh rein. Der lässt sich auch nicht schlagen. Der B6 wird den weißfelderigen Läufer abholen und der Rest ist Kinderspiel. Ich zeige nochmal, wie es in der Partie kam. König E7, B7, geschlagen, geschlagen. König E6. Jetzt macht man ein paar Züge, pirscht sich mit dem König ran. Und dann irgendwann ist Hopfen und Malz verloren, weil dann auf G6 das Matz passiert ist. Macht aber auch nichts, weil ich kann auch König E5 und Läufer E2 machen und mir nach und nach den G4 einverleihen. Also das ist so oder so alles verloren. Wichtig aber, den Bauern auf G3 nicht dabei getauscht zu haben. Puh, sehr schön. Ja, das reicht. So viel zum Thema, so viel zum Thema. Eine Festung zu durchbrechen verlangt manchmal drastische Maßnahmen. Dafür ist bekanntermaßen das Räumungsopfer ein sehr bekanntes strategisches Motiv oder aber auch Materialopfern in jeglicher Hinsicht, um wichtige Felder dabei zu bekommen. Oder Linien, wie wir bei dem Beispiel von Kotschnoi sehen konnten. Tja, da haben wir es wieder. Karlsson sagt, sowas wie Festung gibt es nicht. Natürlich, wenn man weiß, wie man sie zum Einstürzen bringen kann, dank Elli, dann ist die Aussage sicherlich, ein bisschen Wahrheit ist da dran, sagen wir es mal so. Also, liebe Leute, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare. Ich freue mich auch, dass ich eine Menge bekannte Leute dann doch auf der DSAM gesehen habe, was natürlich toll war, da waren wir ja beide und freut mich, dass euch die Show so gut gefällt. Ja, wir machen weiter. Klar, ist doch wohl überhaupt gar keine Frage. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.